Du vom Markt, du findest kein Verduch, mach Mass mit Garantie für Wahnsinn, Sex, Harmonie und Rute Spass. Liebe ist keine Wissenschaft, wirklich kein Schlüsselwoch, Subjekte, sie verbieten, in der Welt von Objekten leben. Und plötzlich ist sie Mensch, Appientive in der Tüte, aus der Götter wird Eifersucht, das ist interessant, sie wird streiten. Doch das ist alles Paradox, da die Mittel an ihre Vieren, ist eine Liebe, die man nicht droht, sie wird spontanieren.